Es gibt endlich mal wieder zwei Deutsche, die es in wenigen Wochen geschafft haben, mit ihrer Nummer ganz weit oben in die Charts zu schießen. Allerdings nicht mit einem deutschen, sondern mit einem englischen Text. Modern Talking heißen sie und waren vor kurzem zu Gast bei uns in der Redaktion. Als erstes wollten wir natürlich von dem Wissen, wer die beiden überhaupt sind und woher sie kommen. Also ich komme aus Hamburg, wir kommen aus Koblenz. Wir haben uns so vor zwei Jahren das erste Mal getroffen, glaube ich ihn produziert, noch in Deutsch. Und das lief alles nicht so und die Titel gefiel uns auch nicht so besonders. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir als nächstes. Und da haben wir so ein paar englische Titel mal aufgenommen und das klang viel besser. Das hat uns tierisch gefallen und das war auch so mehr die Musik, die uns gut gefällt. Naja, und da haben wir so 100 Demos, habe ich gemacht für ihn und haben wir alles ausgecheckt, was so am besten kommt. Naja, und bis dann eines Tages an Juma Heart, Juma Soul kam. Das haben wir dann im Studio aufgenommen und das gefiel uns tierisch gut. So kam das. Thomas, du bist nicht so ganz neu im Job, du hast früher schon was gemacht. Was spielst du eigentlich für ein Instrument? Ich spiele Klavier, also ich hatte zwölf Jahre Klavierunterricht gehabt. Da kann man so einiges oder sollte einiges können. Und naja, ich mache das schon einige Jahre, das heißt so fünf bis sechs Jahre mit Schaltbeerenvertrag, eben so fast profimäßig kann man sagen. Ich habe aber zuerst noch mein Abitur gemacht, also habe das ein bisschen langsamer anlaufen lassen und habe dann nach dem Abitur Dieter kennengelernt. Und so hat das Ganze ganz gut gepasst, dass wir eben nur die Zeit hatten, was zu arbeiten und zusammen zu machen. Ihr habt ja, glaube ich, mal Pick Up the Phone in Deutsch gemacht. Von Evan David, ist das richtig? Ja, ich bin ja eigentlich, also hauptberuflich war ich ja immer Producer in Deutschland und dem Komponist und so. Und da hat man uns eben gesagt, ob wir Interesse hätten, die deutsche Coverversion davon zu machen. Und da haben wir es damals gemacht. Aber es gefiel uns nicht so, fand ich nicht so besonders. Modern Talking, modernes Gerede, das ist ein Name für ein deutsches Duo, das in Englisch singt. Und wie ist das? Wollt ihr nicht in Deutsch singen? Nee, es ist ganz einfach. Die Frage, die kommt öfter. Und man kann uns vielleicht damit erklären. Man schiebt immer so den Sängern den schwarzen Peter in die Schuhe, wenn deutsche Sänger in englischer Sprache singen. Aber ich habe das Beispiel an meinem Eigenleib erfahren. Ich habe fünf Jahre deutsche Musik gemacht und ich kann auch sagen, es waren keine schlechten Titel. Also nicht, wenn man von vornherein sagt, es kann nichts werden, sondern es waren nur die Titel drunter, die Schatzchancen gehabt hätten. Und nun machen wir aus Spaß heraus mal, nur um zu wissen, wie es klingt, eine englische Produktion, und schießen dann fünf vorne auf Platz zwei. Und da muss man eben mit dem Publikum vielleicht auch ein bisschen sprechen. So halt eben das Ganze überlegen, wie kommt das nun? Und wenn das halt eben so erfolgreich wird, auch jetzt im Ausland, in Europa und weltweit anläuft, werden wir auf jeden Fall in Zukunft auch in englischer Sprache weitermachen. Eure Fans wollen euch sicher auch live sehen. Gibt es Live-Kicks? Ab März läuft es so ganz langsam an. Wir wollen uns ganz langsam anlaufen lassen. Und da muss man einfach sehen, wie es mit der Zeit hin kommt, dass wir wirklich so losstarten.